Herzlich Willkommen bei F21-BauTV. Heute wieder ein Blick auf die Stadtbahn-Tunnel-Baustelle. Und wie die meisten wissen, zwei Großbohrgeräte sind im Einsatz. Die Geräusche kommen natürlich vom anderen, denn das hier bewegt sie nicht. Die Geräusche werden von F21-BauTV aus der Stadtbahnhof und die Stadtbahnhof. Die Geräusche werden von F21-BauTV in den Stadtbahnhof und der Stadtbahnhof. Vielen Dank. 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 Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.